Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre! Der Bundespräsident steht. Die Kanzlerin. Das nächste Joe Kato für Deutschland. Helmut Rahn, Gerd Müller, Andi Brehme, Mario Götze. Ist das die Vierer-Reihe? Es sind noch sieben Minuten. Aber schönes Einsatz. Schönes Laufweg. Bis auf die Grundlinie hat das möglich gemacht. Und diese Technik, die er gelernt hat bei Borussia Dortmund, bei Volker Pröpper in der Jugend. Bitte Brust angenommen. Mit links macht er den rein. Mario Götze. Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein. Ein riesen Tor und wir freuen uns somit für ihn. Für Mario Götze. 22 Jahre jung. Aber weiter geht's. Weiter geht's.